Hi meine Lieben, wieder am Start Ramira mit Sing City, wo wir uns ja schon tot suchen, wie es weitergeht. Wir sollen ja seine Aufgabe erfüllen und sein Schiffchen suchen. Und ich habe keine Ahnung, wo sein Schiff sein soll. Es wird ja auch nicht mal markiert auf der Karte, dass man wüsste, aha, doch. Also ich klappe jetzt hier diese Stelle noch ab, weil hier ist sein Schiff nicht. Deswegen, nee, ja doch, ach ist egal, machen, nee. Löschen. Ja, Brief ist besser. Dann finden wir es ein bisschen schneller. So, Briefchen da lang. Wir haben ja rausgekriegt gehabt, dass wir auch Sprinten mittlerweile können. Oh, noch mal Karte. Irgendwie hackt gerade ein bisschen mein Rechner, nicht wundern. Ja, da rüber, dann da lang und so. Okay. Latschen wir mal lang. Warum habe ich jedes Mal da drinnen, ey? Das ist so nervend. Nervend! Okay. Und ja, drinnen. Und was ist denn? Schon wieder? Ach Leute, hört auf, mit mir zu stinkern. Ich weiß zwar nicht, wie er wieder rüberkommen will, aber in meiner Hand hat er ja schon mal eine Axt, weiß ich. Oder wie? Ja, angelt da oben. Aber das wird es auch groß machen, ne? Guck mal. Da ist eine Kiste. Interessant. Gut, okay, aber erstmal weiter. Das sieht mir aus, wenn ich an die Kiste gehe, dass mir dann gleich eine wischt. Ist jetzt hier lang? Schein richtig zu sein. Befallenes Gebiet. Ach, nee. Kommt schon, Leute. Oh, jetzt habe ich hier einen Umweg gefahren. Ist es hier lang? Die ganze Strecke bis hinten runter. Shit. Ja, bei den Befallenen ist das Problem, dass ich dagegen noch nicht anstinken kann. Ich bin noch zu low vom Level. Ich finde es allgemein schwierig, denn mit meinem Level hier irgendwie voranzukommen. Jeder Anfang ist schwer. Wie man normalerweise kennt, ne? Aber hier haben sie es besonders schwer irgendwie gemacht. Und hier konnte man noch nicht mal einstellen, leicht mittelschwer. Also bescheißend geht hier nicht. Ja, jetzt habe ich eine ganze Zeit lang geradeaus. Eine kleine Mini-Karte wirkt gar nicht so schlecht an der Seite. Ob man nicht immer ständig die Karte aufrufen muss, ist auch ein bisschen ätzend. Aber man will sich ja nicht beschweren. So, wie weit muss ich noch? Ich bin sogar schon so weit. Yeah, einmal rumflüften. Juhu. Nein. Ich ersaufe fast mit dem Schiff. Rein, doch, ich ersaufe mich sogar mit dem Schiff. Guck mal, wie das Wasser da in meinem Produkt drin war. Okay. Der Herr dachte einfach mal, er geht eine Runde schwimmen. Gut. Neben dem sein. Da muss ich da bis dahinten hinlatschen zu Lincoln's Street. Na ja, mal los. Nachdem, das war ein Monster, ey. Ganz ehrlich, es könnte ein gutes Silent Hill Spiel aufwerden. So, wie das aussieht. Das ist ja hier ein Fallengebiet. Der läuft, als hätte der Rasierkling unter den beiden Schotter fand sein Gangstil an. Nee, nee. Und schau, wie da wird das blicken. Entschuldige Leute. Das ist kein Schiff. Das ist ein Bötchen. Abmarsch. Entschuldige, wenn ich dir jetzt gerade die Fische verschreckt habe. Es geht in der Absicht. Ich habe also in die Falschtasse gedrückt und fuhr mit dem Rückwärtsgang gerade nach vorne. Wie man sieht, es hat funktioniert. Ja, flog ruhig mal. Ist das hier auch abgesperrt? Ja. Okay, dann muss ich über einen kleinen Umweg irgendwie da rüberkommen. Oder da rein, je nachdem. Oder man kommt in irgendeiner Sackgasse und stellt fest, man ist in einen kleinen Kreis gelaufen. Nicht kotzen. Nicht kotzen. Nicht in meiner Gegenwart. Ah. Ah. Hallo? Du wirst da... Ich komme echt nicht die Stufe hoch. Gibt es das? Hallo? Guck mal. Hast du hier gesehen, wie der das kann, ja? Also bitte. Mach dich nicht zu einer Chantal. Entschuldige. Der Witz muss so sein. Leute, die mich kennen, wissen genau, was ich damit meinte. Das ist ein Boot. Auch wieder ohne Pänchen. Und wie fast alle Boote wieder halb abgesoffen. Ich will noch nicht wissen, wann das das letzte Lebensmittel auf der Welt wäre. Boah. Die herzlichen... Schönheit ist es an der Sicht von Betrachter. Das wissen wir alle. Aber ich muss es dennoch nicht lecker finden oder schön finden. Boah, schaut euch mal das Schlachtschiff an. Wehe. Das ist das Schiff. Boah. Das wäre böse. Dennoch schön. Am besten voll mit lauter Monstern. Und wir haben ja auch mal gehört gehabt, dass irgendwas mit den Leuchtturmen... Ich renne komplett von vorbei. Was ist das ein Anwesen? Bei so einem Anwesenszeug bin ich vorsichtig. Ist jemand da? Dieses Symbol bedeutet garantiert nichts Gutes. Aber! Oder auch doch nicht. Ach, das ist die Familie Blackwood anwesend. Oh mein Gott. Immer wieder die gleichen Bilder. Die hatten alle den gleichen Geschmack. Oh, das Bild gefällt mir. Das kaufen wir alle. Ich bin so ein Mensch. Ich will nicht das gleiche haben wie jeder. Wie ist das Haus ziemlich ähnlich wie das andere, wo wir waren? Wie hieß die Familie? Wie ist das andere? Wie ist das ein Ritual zur Geschnatter? Also hier gibt es aber wirklich gar nichts. Ja. Wird ja immer dunkler. Ja. Rituale. Ich nehm mal an, da sind Tote. Skelett. Ich dachte, da liegt was. Nö. Ich glaube, wir sollten bei denen hier nicht lange bleiben. Wir sind genauso krank wie irgendwie fast jeden. Also bis auf die Trogmorden habe ich nur kranke Leute kennengelernt. Ein Polizist, der neidisch ist, dass man ihnen hilft. Ach so, das war die andere Sache. Aber hier ist nichts. Hier war wirklich gar nichts. Wie langweilig ist das denn? Ja. Anwesender Blackwoods. Wollen wir mal Fetchers anwesend machen? Das ist genau das hier. Scheppenter. Wir hatten die gleichen... Komplett das Gleiche. Ich finde hier mal ein bisschen so... Pfarrer. Na ja, gut. Ja, Felsen über Felsen. Ich komme schon von der Seite lang. Da sind auch wieder ein paar Boote. Ah, super. Hahaha. Oder das war das Friedhof von denen gewesen, äh, von der Familie. Alle gestorben. Was? Ich habe Putzi verstanden. Alkohol! Jawoll. Jawoll, ja. Können wir eh die meisten hier brauchen momentan. Ach, nö. Voll an die Schiffe vorbeigemeterd. Wer meinten sie die hier? Tatsache. Wer meinten die hier? Ach, verdammt. Muss ich doch zum Leuchtturm. Ich wollte da echt nicht hin. Na ja, gut. Ab zum Leuchtturm. Weil... Da ist ein Strachland. Das sieht aus, als wird das gerade gebaut. Nein, ich brauche keine Uzi. Oder was? Achso, wir haben ja gar kein Boot hier. Wieder zurück. Nein, ich will immer noch keine Uzi. Ach, die nächtliche Musik ist doch immer so schön. Wann mal, ist das der befallene Weg? Ja, ich muss wieder da lang. Ich will gar nicht wissen, was wir im Wasser finden. Wenn wir da hin müssen. Oh! Alles in Ordnung? Okay, er schläft noch. Das ist so eine Sache, da verkrolt es mich noch ein bisschen. So unter Wasserwelten. Kleine Katzen immer. Na gut. Ich könnte allerdings auch erst hier hinten das abklappern. Aber ich glaube langsam wirklich, das wird dann eher hier unten sein. Das ist so meine Vermutung. Mal sehen, ob ich recht habe. Wenn nicht, dann könnt ihr immer noch sagen, jetzt da lang gehen sollen. Mal sehen. Ja, wir waren fortfahren. Genau hinter mir. Doch. Ich hätte jetzt mal wieder voll Bock auf gegrilltes. Am besten selbst mariniert. Dieses fertig gekaufte Fleisch in den Supermärkten ist mir immer zu salzig. Meines Geschmacks nach. Ich marinier das Fleisch immer selber. Aber so ein Fisch oder so eine Krabbe, ruf auf den Grill, hm. Ja, ich sehe das Gerät hier von Grillen und Spielen in Horrorspielen. Aber hier gibt es nur mal Fisch. Und Krabben. Wir haben es gerade gesehen. So eine riesen Krabbe auf dem Grill. Ich glaube, dann bist du dabei rum morgens bis abends. Was? Was ist das so? Warte, mir verehren. Okay, dann muss ich hier unten langebend laufen. Gibt es hier einen Weg? Dagegen waren wir hier noch gar nicht. Seht kaum was, seht ihr mehr als ich? Ja, so stellt man sich mit Unterseemener vor. Pfeife einer Schnute und dann ab jetzt. Ich weiß, ich habe gerade eine Stimme gehört. Also hier ist nichts. Wirklich nichts. Auch nicht mal eine Kiste. Noch nicht mal irgendwas. Einfach nichts. Ach ja. Auch hier ist es richtig? Ja. Ein Stückchen. Nein, keine Abkürzung. Schade. Wer hätte das gedacht? Das klingt da an zu schiffen. Also das... Hier kannst du wirklich fast nie in kurzen Klamotten mal rumrennen. Im Sommer. Es funktioniert ja nicht so oft, wie das hier regnet. So. Und hier bin ich gestattet. Irgendwann muss ich mal gucken, was das lange Teil da hinten ist. Gucke ich denn da lang? Muss irgendwo hier sein. Was ist denn da noch weiter weg? So. Jetzt kommen wir der Sache wieder ein bisschen näher. Hier wird wieder ein und alles blockiert. Mit Außerspießen ist nichts gewesen mäßig. Geht's doch johannet. Was mich jetzt mal brennt, interessieren würde, ist, kann er schwimmen? Dann könnte man einfach um den Schiff einmal rumschwimmen. Aber wartet mal testen. Auch wenn die Gefahr groß ist, dass ich ersaufe. Ach, wie das denn zwar. Ich weiß, was da kommt. Vielleicht schnappe ich auch jetzt das Ungeheuer. Mmmmm. Schön durch modernst. Okay. Ich glaub das schon mal ganz gut. So, halbwegs geht der Plan auf. Ich hab das Gefühl, dass egal wie ich schwimme. dass ich nicht weiterkommen werde Au, irgendwas beißt mich Sagt doch, irgendwas im Wasser wird mich schon umbringen Gut, okay, also schwimmen gleich, blöde Idee Gut, bissfeste Rüstung muss ich mir anziehen Merkt das schon Nur, dann muss es ja doch irgendwie da hinten sein Weil hier komme ich ja nicht weiter Hier ist ja nischt Oh, gerade geträumt, entschuldige Also Zu den Gipfeln hier komme ich noch gar nicht Muss irgendwie den Käpt'n nochmal quatschen Was soll denn der Chef sein? Er hat viele Schiffe zurück an die Küste gebracht Das muss man ausnutzen Der gibt einem aber auch Informationen Gut, okay Dann Definitiv hier hin Und dann Fragezeichen Ich glaube, mit dem bin ich näher Ich glaube, mit dem bin ich näher Ich hätte mich gelacht, wenn ich jetzt neben den Typen wieder gestanden hätte Und deswegen muss ich so oft auf die Karte gucken Kleine Karte an der Seite Perfekt Bis nächstes Mal Kann es nicht endlich mal wieder hell werden? Ich sehe ja so wenig Also jetzt tauchend wäre wie Selbstmord Das hatte ich schon ein paar mal mit Kopfschuss und weiß ich was nicht alles hatte ich ja Und dann waren wir voll schon dabei Wie die Leute da voll am Ostdeckern sind Sorry, dass ich wirklich so oft drauf gucken muss Ich weiß nicht, jetzt schuldige mich wie viele für jeden Schmerz Was ist das denn? Sieht aus wie so eine gigantische Tentakel, wo es oben abgebrochen ist Hat immerhin ein Hai erlegt Hier gibt es sehr viele Schiffe Das war nur Rostpuppeln, welcher unserer ist Welcher Fisch mich wieder als erstes frisst Jetzt muss ich gar nicht rein, vielleicht hat jemand das Logbuch hier Okay, der redet schon mal nicht Ja, haha, nicht mehr Könnte ruhig mal aufhören zu regnen, ey, mir wird dadurch irgendwie gerade voll kalt Dann liebsten wir den hier anfangen Guck mal, das sieht aus wie eine Titanic, ey Eieieiei Warum kann ich da an der Seite nicht lang? Am besten wäre man statt sich so ein... Boot Und fährt dann einfach ran Ah, das machen wir sogar mal Auf zum Boot Dawei, dawei Oder wie man das auch immer sagt Falls das überhaupt richtig ist Ich kenn das Wort nur unter... Ich dachte eben, grad draußen gewittert ist Dabei ist das im Spiel leicht Heißt Heißt Bedeutet der schnell schnell Also jedenfalls habe ich das so noch kennengelernt Hehehe Da war ein Boden Krass Ich stolch dich Hops Also, wie habe ich gesagt, hab einfach nur geradeaus runter Na, machen wir das mal Bin gespannt, ob wir da auch so angegriffen werden Oh, ein Sarg Och, wundervoll Da fischen die Menschen drinnen Wird ja nur noch, dass sie reinpullern Also, naja Los, weiter nach vorne Ah Ich könnte mal stehen Sie haben meinen Ausgang so gemacht Ist das möglich, ey Okay Freut man sich mal mit dem Ding hier Boot zu sehen Und nichts da Aber hey Vielleicht finden wir hier was schönes Nicht jetzt? Okay Komplett auf einer anderen Seite Ich werde irre, ey Och Was soll denn sein blödes Boot denn sein? Das sieht mir nach Wonsters Ich werde nicht raus Oh, wartet mal Ich werde mal kurz raus Das ist dir Das ist dir Ja Ich werde nicht Ich werde nicht Nein Ich werde nicht Ich werde nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Ja gut, ich werde dann jetzt erstmal mit dem anderen weitermachen, ich komme hier irgendwie gerade nicht so weiter, also wir wollten ja da rein Ich glaube hier war ich schon mal Hier ist es Das ist auch nichts. Die Tür gibt nicht nach. Hier war ich schon mal. Wie kam das doch gleich so bekannt vor? Hey, was suche ich jetzt die Expeditionswerte? Ich muss noch den Taucher... Warte, was ist noch? Die Tauchersachen suchen. Ich porte mich jetzt einfach mal kurz zurück zur Grimbell. Das soll ja da irgendwo wohl sein. Soweit ich weiß, haben wir den Hinweis dafür bekommen. Dann suche ich da mal kurz ein bisschen rum. Mal sehen. Ohne Grimbell. Welcome. Und die Haschram hier gerade müssen Planlos durch die Gegend. Schau es mir einfach nur an. Oh, guck mal, da kann man annehmen. Das bedeutet immer Kampf. Oh, guck mal, da kann man annehmen. Oh, guck mal, da kann man annehmen. Warte mal, die waren schon einfacher. Achso, kann ja nicht mehr. Ich glaube, ich habe das sogar gerade für Zufall hier gefunden. Schaut mal, Rüstungssachen. Cool. Rüstungssachen, was rede ich denn da? Tauchersachen. Ja, früher waren die Taucherausrüstungen sehr schwer. Also, wenn man mit denen versenkt wurde, dann ist man aber auch wirklich Planschen gegangen. Ah, ich besitze schon zu viel von dem Sinn. In einem rostigen Tauchanzug riskiere ich sicher nicht mein Leben. Das ist ja gut. Ah. Metallteile. Ja, gut. Wie kann ich nicht nehmen? Hallo, da liegt eine schöne Waffe. Das klingt jetzt mal mega scheiße. Achso, das ist Munition. Ach, mit der bist du zufrieden jetzt, ja? Schön. Mal den Weiß gefunden. Auch schön. Achso. So. Okay. Dann brauchte ich ja, glaube ich, noch ein Boot, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Nee, weiter weg. Hm. Jetzt müsste ich ja eigentlich wieder hier hören. Ah, guck mal, da ist ein Boot aufgetaucht. Sehr schön, sehr schön. Da habe ich gerade gar nicht so gut realisiert, habe ich das gerade so schnell realisiert, dass dein Boot jetzt auch nochmal ist. Da sehe ich auch an Spielen immer geil. Du gehst in den Raum, denkst dir so, hajoa. Du denkst, ist das und das, heißt, ist das und das. Gehst kurz raus, kommst wieder komplett in den anderen Raum. Hm. Dann bringe ich mir auch mal so meinen Teil. Frischer Fisch. Frischer Fisch. Hm. Frischer Fisch. Dein Fisch stinkt. Mein Fisch stinkt nicht. Schon hat man Asterix mit Opelix hier in den Kopf. So. Miraculi den Fisch voll abkriegt und sagt, nee, dieser Fisch ist wirklich nicht frisch. Vielleicht finden wir sein Boot ja ein bisschen später. Das Meer ist dieser Tage verflucht. Das Meer? Total geil, immer diese Aussprachen. Also, es soll jetzt keine Verarschung sein oder so, sondern ich finde es wirklich sehr amüsant. Also, gut. Jeder hat ja so seine eigene. Ich habe auch meine eigene. Kann ich mir das echt antun? Nein, nicht wirklich. Kann ich noch ein letztes Speichern? Speichern. Bitte. Ja. Danke schön. Ja. Aber da waren Markierungen, aber sie wurden entfernt. Hä, da ist jetzt Neuer. Verdammt. Falsche. Steller. Hm. Wir sind doch jetzt auf dem richtigen Schiff oder? Ach ne, daneben Ups Ups Mit dem Schiff ist der meins Ach ne Ich wollte mich jetzt feiern Ernsthaft? Das kleine Juchtelding Ja, war klar Wo sonst Habe ich schon erwähnt, dass ich die Tiefen hasse? Oh wow Dadurch kann man echt auch viel sehen Nein, tu es nicht Du willst das nicht? Was ist... Ich bin sicher Die chemischen Lampen sind fast leer, aber ich denke, ich kann ihnen noch folgen Ich hasse unter Wasserwelten Die Form dieses Felsens ist nicht natürlichen Ursprungs. Ist das vielleicht eine Statue? Ist mir egal Jawohl, sag mal Kann ich doch nicht mal so sagen. Ich sehe ja nicht so viel Ich hoffe, ich habe genug Munition Hm So Ihr seht schon, was da lang geschwindet, oder? Dieses Vieh ruft echt meine Halogene vor. Na gut. Was ist der letzte? Ach, da unten gibt's heute auch so, na dann! Ich bring ja gerne in der Nähe von Fentakeln. Ich muss zu den Rotten, auch wenn mir gerade alles... ...in die Hose rutscht. Ich will gar nicht wissen, was hinter mir ist. Ich schlaufe einfach nur. Was ist das denn? Oh! Würd man sagen, Piraten! Aus Reflex geschossen, sorry! Oh, hab ich ein Heilmittel? Hey, guck mal, wieder! Okay, zurück! Ich hab' so'n Reflex einfach nur geschossen. Ich hab' mich einfach nur erschrocken. Wow! Licht! Egna, bin ich noch am Leben! Nein! Du wurdest ausgezogen und in einer Hüble gestopft! Wow! Herzinfarkt! Junge, kannst du das Ding doch nicht da einfach so baumeln lassen! Uah! Die Wissenschaftler haben nicht einmal ihre Ausrüstung mitgenommen. So, und einer hüpft da rum. Götter beugen sich über uns! Götter kriechen in uns hinein! Götter, denen gegenüber ich mich wie eine mickrige Blattlaus fühle! Alles klar, mein Freund. Warte mal. Ne, ne, ich will nicht schießen, ich will mich heilen. Das Vieh hat mich ja ganz schön erschrocken. Hey, Junge. Oh mein Gott, schaut euch die Hülle an! Hm. Die Tauchanzüge wurden alle aufgeschnitten. Guckt euch diese Muschel an, ey. Wer weiß, was wir alles finden in unserer Umgebung. Mottoapparat, okay, Moment. Ein Ritualdolch, ein okkultes Zeichen. Ich denke, das sollte ich Mr. Throckmorton zeigen. Wisst ihr, was mich diese Sauke erinnert? Wir waren noch in einem Haus gewesen, da war es an einer Tür gezeichnet. Das Sein hat mich irgendwie fördert, okay. Ich habe da eine Crew übrigens gefunden. Heiliges Meer sei unser Augenlicht, um die fernen Sterne zu erblicken. Okay. Was? Wer kommt? Der heilige, vollbäuchige Träger der Herrlichkeit. Nimm mich. Erschaffe mich neu. Ich blähe dich an. Träger der was? Mit wem sprichst du? Was ist passiert? Unsere Augen. Das Erste. Das Zweite. Das Dritte. Geöffnet von der Aura. Du siehst viel, aber nicht die herrliche Hülle der weißen Jungfrau, die hier schläft. Sparen Sie sich diesen Unfug. Geben Sie mir eine klare Antwort. Unfug? Aber es bedeutet, dass es bedeutungslos ist. Öffne dich. Gehe. Höre. Bete. Erwache, du heiliger Wurm. Niste dich ein in seiner Haut und seinem Hirn. Gewahre meine Huldigung und erbarme dich meiner. Ich bitte dich. Okay. Ich glaube da jetzt so viele... Weiß nicht. Fische essen? Aber ich glaube Fisch richtet sowas nicht an. Ach du Kacke. Da ist nämlich mal tief. Die Steine da drüben, trotzdem möchte ich ehrlich gesagt. Und da hängt ein Monster dran. Oh Mann. Warte mal. Da ist ja noch eine Steinstatue. Das hätte ich noch nicht gesehen. doch. In einem Büro, da stand auch sowas ähnliches. Aber irgendwie... Ja, das ist schon ein Opfer unter dem ganzen... Kein gutes Zeichen. War noch nie ein gutes Zeichen. Wird's auch nie sein. Wird's überhaupt noch geben, das ist meine Rätsel. Ich bin hier noch nicht fertig. Doch, bist du. Doch. Die Wissenschaftler haben nicht einmal ihre Ausrüstung mitgenommen. Papa war mir das noch was. Wird's auch schon und wie war eigentlich was er es ist. Ich habe das gepflückt. Ich habe das war's nicht mehr, das war's. Es war's nicht mehr. Ich hatte in diesem Zeitpunkt. Sie sehen es jetzt, nicht wahr? Das herrliche Grauen der Wahrheit Warte mal, jetzt kann ich ja... Nee, ich würde es nicht wirklich sehen, aber gut Ein perfekt erhaltenes Artefakt Haben Sie es verehrt? Ach so, ich sehe es ja Dann zeig mal Wir betreten den Tempel sobald Sie das Siegel nehmen Macht euch bereit, ihre Taucheranzüge aufzuschneiden Ui Ach so, ob hier geht es nicht weiter Gut Vergesst sie! Nehmt die Saat und das Siegel sofort! Ich glaube, langsam wird mir alles klar Echt? Mir nicht so wirklich Also Eins Drei Drei Das Siegel! Sofort! Vient Ach so, nicht Vielleicht Und mal ans Vergessen sie! Nehmt die Saat und das Siegel.. So, wir betreten den Tempel, sobald sie das Siegel nehmen Macht euch bereit, ihre Taucheranzüge aufzuschneiden Oder wenn man das als erstes macht Nein, geht weg von mir Oh 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 Hm 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 Vergesst sie! Nehmt die Saat und das Siegel! Sofort! Vielleicht suchen Das verwirrt gerade, ich würde das ja als erstes nehmen Wir betreten den Tempel, sobald sie das Siegel nehmen Macht euch bereit, ihre Taucheranzüge aufzuschneiden Zwei Drei Kaul, was... Es bebt das... Vergesst sie! Nehmt die Saat und das Siegel! Sofort! Ja Die Expedition hat ein Artefakt gefunden, das sie in den Wahnsinn getrieben hat Dann haben die Innsmother es gestohlen und die Professorin verschleppt Sie hat sie in den Wahnsinn, die brauchten das Artefakt um die Person die es genommen hat, Professor Daut Ich kann die Überlebenden hier nicht sterben lassen, auch wenn ihr Wahnsinn abfärbt. Es war nicht ihre Schuld. Ich muss die Überlebenden so lassen. Ja, ihre ansteckenden Wahnsinn ist zu gefährlich. Zudem wussten sie um die riesigen. Oh, das ist mies. Was nehme ich denn da? Oh, und das ist gemein. Nee, ich kann die irgendwie nicht hier lassen. Ey, tut mir schon leid. Ich nehme die mit. Kann ich mir nichts nicht bringen. Die Armen, ey. Ich meine, in einer Irrenanstadt sein oder so, aber... Kann ich jetzt meinen Anzug zurück? Aber nicht hier lassen. Das ist so unfair. Das wäre nicht schön. Gar nicht. Alter, ich müsste aus dem Wasser raus katapultiert werden. Oh, ich muss mal gucken, ob wir die Überlänge schon wieder haben. Sekunde. Ich vergesse ja ganz gerne die Zeit beim Schnattern. Ja, fast fünf Minuten haben wir noch. Naja, vier. Und so, vielleicht können wir jetzt zurück zu Trogmouten. Oh, ich bin ganz schlecht im Gedankenspiel. Und so viele Leute. Robert Rogmon finanziert eine Expedition. Ja, das wissen wir doch schon. Was? Was mit der Überlänge retten? Ja, bleib ich dabei. Albert Rogmon war die Ursache der Wahnsinn. Die Mannschaft, die Tanja... Äh, was kommt denn hier raus? Die Überlebenden retten. Die Expeditionsteilnehmer müssen gerettet werden. Ich muss Robert mitteilen, wo sie sind und nach Professor Doe suchen. Ja, das ist schon besser. Nur weil die jetzt durchgeknallt sind, wer weiß, was die da alles gesehen haben und was das Artefakt für eine Ursache hat, kann ich die nicht einfach zurücklassen. Das ist... nee. Es ist wie im Krieg. Man lässt auch nicht seine Leute zurück. Oh. Äh, gerade am Wasser eine blöde Idee. Ja, wer hat mich diesmal gefunden? Oh, wow. Bin ich in der Zwischenwelt? Guckt euch meine Kleidung an. Es ist, als würde ich das... Was war wieder ein Leben? Diese Ruinen, diese Zeichen... Ehh Meine erste Reaktion... Ich wollte auch mal eine Hand gucken. Mh... Lecker. Ah, mein Bettchen. Habe ich mal das Kleidungsstück freigeschalten? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich auch... Ah, noch nichts Neues. Wer hätte das gedacht? Na, habe ich wieder rumgeschrien. Ich behalte sie im Auge, Neuankömmling. In dem Fall nein. Na gut, meine Lieben. Hier ist jetzt Feierabend für mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Däumchen nach oben. Haut mir ruhig in die Kommentare rein, wie es euch bis jetzt gefällt. Und alles. Und ob ihr auch so eine Angst habt vor Wasser, wie ich es habe. Ähm... Wenn ihr mich öfters sehen möchtet, dann einmal bitte abonnieren und das Gräkchen betätigen. Wenn ihr sofort wissen wollt, wann ich ein Video hochlade, dann seht ihr das sofort. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag mit... eurer Familie, eurem Freund, euren Haustier, mit wem auch immer. Denn bis bald. Liebe Grüße, Ramira.